Den Unterschied zu feiern, Diversität zu feiern, positiv zu finden, das fällt in Deutschland sehr, sehr schwer und das gelingt, wenn überhaupt nur, dann darf das so sein auf kultureller Ebene, also Diversität, Männer und Frauen, Inländer und Ausländer, ja, das ist zulässig, aber Diversität im Sinne von wirtschaftlichen Ergebnissen, das wird nicht gemocht. Und in Deutschland ist gleiche Macherei und alles, was gleich ist, ist beliebt und Dinge, die divers und unterschiedlich sind, sind nicht so beliebt. Lieber Herr Professor Fust, herzlich willkommen in der aktuellen Folge von der S&P Riedel Talks. Ich freue mich. Es ist mir eine Riesenfreude, endlich einen Volkswirt bei uns zu Gast zu haben, der tatsächlich sich mit der Volkswirtschaft beschäftigt und nicht mit Change oder irgendwelchen Lebenstransformationen, weil die Volkswirtschafter tendieren dazu, nicht nur in dem Segment zu sein, so wie ich zum Beispiel. Und uns beschäftigt zurzeit der Standort Deutschland, wenn ich die Rankings von Deutschland anschaue, ich finde kaum ein Ranking, wo wir irgendwo nach oben gehen, außer bei Sozialabgaben, bei allen anderen rutschen wir ab, sogar beim Happiness Index sind wir inzwischen richtig abgerutscht. Wie schätzen Sie die Entwicklung heute hier? Ja, in der Tat. Ich glaube, die Debatte über den Standort Deutschland wird derzeit noch dadurch verstärkt, dass auch zyklische Faktoren, also eher kurzfristige Konjunkturfaktoren, schlecht aussehen. Und das verstärkt nochmal die Debatte. Aber Standort Deutschland ist ja eigentlich ein längerfristiges Thema. Da geht es also um die langfristigen Aussichten, wie interessant ist es, in Deutschland zu investieren, wie sind die Wachstumsaussichten. Und da haben wir in der Tat große Herausforderungen. Das sind teilweise Herausforderungen, die von außen kommen. Geopolitische Spannungen bedeuten eben, dass Deutschland, das ja ein Land ist, das besonders vom Export abhängt, dessen Geschäftsmodell es ja lange Zeit gewesen ist und bis heute ist, hier Dinge zu produzieren und sie dann im Ausland zu verkaufen. Dieses Geschäftsmodell, das gerät jetzt eben unter Druck, weil durch Protektionismus, durch geopolitische Spannungen viele Unternehmen sagen, es ist doch sicherer, näher an den Märkten zu produzieren. Und das bedeutet für uns eben als exportorientiertes Land, es wird schwieriger, Unternehmen hier zu halten. Dann gibt es natürlich die Themen demografischer Wandel, Dekarbonisierung. Das sind alles Herausforderungen, die aber eben Herausforderungen, die zwar andere Länder auch treffen, aber uns in besonderer Weise. Und wir haben vielleicht in der Vergangenheit ein paar Fehler gemacht und Dinge versäumt, die jetzt gelöst werden müssen. Ich glaube, all das trägt zu dieser Standortdebatte bei. Was interessant war, im letzten Interview von BASF-CEO, der sagte, wir verdienen überall auf der Welt Geld. Nur ein einziger Standort ist zurzeit mit 1,6 Milliarden verlustreich, das ist Deutschland. Diese Fehler, die Sie ansprechen, ich meine, beim Wachstumspotenzial, wenn man jetzt wirklich bereinigt um diese Sondereinflüsse da draußen, sind wir auch keine Weltmeister mehr. Welche Fehler haben dazu geführt, dass wir zurzeit dieses Problem erleben? Ich denke, dass es nur teilweise Fehler sind, beziehungsweise wir haben eben mit Verschlechterungen zu kämpfen beim Wachstumspotenzial, die zum Beispiel durch die demografische Entwicklung gekennzeichnet sind. Jetzt kann man sagen, es ist ein Fehler, nicht so viele Kinder zu kriegen, aber das geht vielleicht zu weit. Aber der Fehler besteht wohl darin, dass wir nicht darüber nachgedacht haben, wie wir uns optimal anpassen an diese Situation. Das würde ja beispielsweise heißen, wenn wir weniger Arbeitskräfte haben, dann muss man darüber nachdenken, wie klug ist es, so etwas einzuführen wie die Rente mit 63, also Maßnahmen umzusetzen, die diese Arbeitskräfteknappheit noch verstärken. Hätten wir nicht länger darüber nachdenken müssen, wie wir Menschen dazu bringen, dass sie nicht nur Teilzeit, sondern Vollzeit arbeiten? Hätten wir nicht mehr tun müssen für Immigration? Ich denke, das sind alles Versäumnisse, Fehler. Hätten wir nicht mehr dafür tun müssen, dass die Arbeitskräfte, die wir noch haben, produktiv eingesetzt werden? Dass die gut ausgebildet sind, dass die gesund sind und so weiter. Also ich glaube, wir haben eine Reihe von Versäumnissen und Fehler in der Einstellung auf diese Situation. Und ich denke, die gleiche Debatte wird jetzt kommen zum Thema Geopolitik. Wir können es als Deutschland wenig daran ändern, dass wir geopolitische Spannung haben. Aber die Frage ist, wie intelligent stellen wir uns darauf ein oder welche Fehler machen wir auch? In der Diplomatie stellen wir uns zurzeit nicht sehr clever. Aber jetzt ist das nicht unser Thema. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Leistungsmigranten aufgreifen würden, weil das ist eigentlich das, was Kanada oder Australien sehr, sehr gut machen, indem sie bewusst gezielt Fachkräfte anlocken. Bei uns werden sehr, sehr viele Debatten aus, weiß ich nicht, moralisierenden Perspektiven geführt, was nicht immer günstig ist, um Wohlstand zu mehren, sondern vielleicht eigene Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Spüren Sie das auch, dass Wirtschaft ein bisschen den Hintergrund trifft und dass es mehr moralisierende Botschaften im Umfeld aufgeführt werden? Ja, das charakterisiert ja sehr stark die deutsche Politik und die deutsche Debatte, dass alles Mögliche moralisiert wird, dass nicht nüchtern gefragt wird, was sind eigentlich unsere Interessen als Land und zwar unsere aufgeklärten Interessen. Das geht nicht darum, dass man kurzfristig opportunistisch handelt, aber das geht darum, die Lage nüchtern zu analysieren. Und wir müssen uns auch schon die Frage stellen, ob das eigentlich angemessen ist, dass wir durch die Welt laufen und anderen Leuten Vorträge darüber halten, beispielsweise Schwellenländern Vorträge darüber halten, wie sie ihre Sozialpolitik oder ihre Umweltpolitik zu machen haben. In Deutschland hat man noch nicht gemerkt, dass das im Ausland einfach lächerlich wirkt und unangemessen wirkt. Wenn es ein Land auf der Welt gibt, das eigentlich anderen keine Vorträge halten sollte über Moral, dann ist es sicherlich Deutschland aus vielen Gründen. Und das ist einfach noch nicht angekommen. Man muss hoffen, dass die aktuellen Debatten um Standort, um wirtschaftlichen, abnehmende wirtschaftliche Bedeutung Deutschlands da vielleicht helfen. Aber das ist ein langer Weg. Was halten Sie von der Einstellung oder von den Narrativen in der Wirtschaft? Zum Beispiel, wenn wir die letzten 200 Jahre betrachten, war Kapitalismus die treibende Kraft für den Wohlstand und Armutsminimierung. Ich meine, so gut ging, glaube ich, den Menschen auf der Welt noch nie. Und das ist tatsächlich im Vergleich zu kommunistischen und sozialistisch geprägten Ländern Verdienst der kapitalistischen Marktordnung. Diese Ordnung genießt aber vor allem in Deutschland einen sehr zweifelhaften Ruf. Können Sie das erklären, woran das liegt und wie man damit umgehen kann? Ja, wir haben in Deutschland eine permanente Auseinandersetzung zwischen Unterstützern der marktwirtschaftlichen Ordnung und ihren Gegnern. Viel gruppiert sich ja um das Narrativ der sozialen Marktwirtschaft. Also auch die größten Kritiker der Marktwirtschaft können sich nicht der Tatsache entziehen, dass auch der große Wohlstand, der in Deutschland entstanden ist, durch Marktwirtschaft, durch Preisfreigabe erreicht worden ist. Nichtsdestotrotz haben wir in Deutschland eine starke Tradition. Karl Marx ist Deutscher, das dürfen wir nicht vergessen, des Misstrauens gegenüber Marktwirtschaft. Es ist ja auch in der Tat so, darauf haben viele, Karl Popper und andere, hingewiesen. Marktwirtschaft zu verstehen ist nicht ganz einfach, weil viele Dinge abstrakt sind. Märkte sind abstrakt, die kann man nicht sehen. Und bei Marktkräften denken viele Menschen an anonyme Kräfte, vielleicht auch rücksichtslose Kräfte, die Dinge bewegen. Und sie sehen nicht die Stärken dieser Marktkräfte, sondern man konzentriert sich eben sehr stark auf Probleme. In der Tat, Marktwirtschaft ist eine Veranstaltung, die nicht alle Probleme im Leben löst. Aber viele schütten das Kind mit dem Bade aus und sagen, deshalb müssen wir die Marktwirtschaft abschaffen. Teilweise haben wir auch Wahrnehmungsprobleme. Es gibt ja viele Leute, die schimpfen über angeblichen Neoliberalismus. Also gemeint ist hier nicht der historische Neoliberalismus, sondern ein entfesselter Kapitalismus. Also dieser entfesselte Kapitalismus würde in Deutschland Probleme verursachen. Den hat es nie gegeben in Deutschland und den gibt es auch heute nicht. Das, was man sinnvollerweise als entfesselten Kapitalismus oder Neoliberalismus bezeichnen könnte, das ist in Deutschland nie umgesetzt worden. Sondern wir haben immer eine hochregulierte Marktwirtschaft gehabt mit einem gewaltigen Sozialstaat. Und insofern sind viele Debatten irregeleitet. Aber ich denke, es ist auch in vielen anderen Ländern so, dass nur eine Minderheit wirklich die Marktwirtschaft unterstützt. Das geht so lange, bis man sie abschafft und dann Armut und Not und Unterdrückung ausbricht. Und dann merken die Menschen ja, vielleicht wäre es doch ganz gut, ein marktwirtschaftliches System zu haben, weil es eben so ist, dass es Demokratie und Freiheit nicht ohne Marktwirtschaft gibt. Aber das vergessen viele Leute. Ich glaube, was dazu auch beiträgt, dass Marktwirtschaft eigentlich Leistungsunterschiede in Ergebnissunterschieden ausmacht, wenn sie funktioniert. Es gibt ja auch Marktversagen, das würden wir jetzt ein bisschen beiseite schieben. Aber wenn ich aktuell die Debatten anschaue, dann sind viele Leute gegen die Leistung, weil sie sagen, es ist sowieso sehr viel Glück dabei und das müssen wir korrigieren. Und diese Abneigung gegen Leistungsunterschiede und gegen Kompetenzhierarchien, nicht Machthierarchien, wir bezeichnen das wirklich als Kompetenzhierarchien, ist in Deutschland, glaube ich, besonders ausgeprägt, weil man auch mit diesem Gefühl des Neides hier konfrontiert wird und wo man sich sehr zurückhält, eigene Leistung zu betonen oder das Ergebnis zu zeigen. Empfinden Sie das auch? Ja, Neid ist eine starke Kraft. In der Tat ist es ja in der Marktwirtschaft so, dass Ergebnisse nicht nur auf Leistung zurückzuführen sind, Sie haben es gesagt, sondern teilweise natürlich auch auf Glück, auf Anfangsausstattungen. Aber natürlich sind Menschen unterschiedlich, unterschiedlich leistungsfähig und das schlägt sich dann eben nieder, auch in Entlohnung. Das ist die alte Debatte zwischen Leistungsgerechtigkeit und Ergebnisgerechtigkeit. Und in Deutschland ist in der Tat Neid und Misskunst sehr ausgeprägt und es gibt eine hohe Präferenz für Gleichmacherei. Den Unterschied zu feiern, Diversität zu feiern, positiv zu finden, das fällt in Deutschland sehr, sehr schwer. Und das gelingt, wenn überhaupt nur, dann darf das so sein auf kultureller Ebene. Also Diversität, Männer und Frauen, Inländer und Ausländer, ja, das ist zulässig, aber Diversität im Sinne von wirtschaftlichen Ergebnissen, das wird nicht gemocht. In Deutschland ist gleiche Macherei und alles, was gleich ist, ist beliebt und Dinge, die divers und unterschiedlich sind, sind nicht so beliebt. Die Frage ist, ob das nicht ein Schlüssel ist, wenn man jetzt anschaut, in Deutschland wird zurzeit sehr, sehr viel gearbeitet, auch im historischen Vergleich. Allerdings, wenn man dann die Arbeitsleistung pro Stunde oder pro Kopf anschaut, dann sieht man, dass eigentlich, wie im Vergleich zu vielen anderen Ländern, deutlichst weniger arbeiten. Wir sind, glaube ich, im unteren Drittel. Und ist das nicht ein Nachteil im internationalen Wettbewerb? Ich glaube, als Ökonom würde man das nicht als Nachteil bezeichnen. Es ist richtig, wir haben noch nie so viele Erwerbstätige gehabt wie heute, aber die gearbeiteten Stunden gehen herunter. Als Ökonom würde man ja sagen, die Entscheidung zu arbeiten oder nicht zu arbeiten, ist eine Entscheidung, die Menschen frei treffen sollten. Und wenn Menschen sich dafür entscheiden, mehr Freizeit zu genießen, als Ökonom sagt man ja auch, Freizeit ist ein Konsumgut, dann ist dagegen nichts zu sagen. Es sollte allerdings nicht so sein, dass der Staat quasi künstlich die Leute dazu bringt, nicht zu arbeiten oder Arbeitsanreize zerstört. Das ist etwas anderes, als freiwillig weniger zu arbeiten. Und die Freizeit finanziert sozusagen. Ja, genau, die Freizeit finanziert oder Menschen, die mehr arbeiten, die brutto dann mehr verdienen, alles wegzunehmen oder Transfers zu entziehen, sodass sich das gar nicht lohnt, zu arbeiten. Das wäre dann eine Marktverzerrung. Und ich glaube, mit diesen Problemen müssen wir uns auseinandersetzen. Wenn man sagt, wenn Menschen weniger arbeiten wollen, dann sollen sie das tun. Das ist ein Ausdruck von Freiheit. Da muss man natürlich bedenken, dass unser Sozialsystem so aufgebaut ist, dass wir uns darauf verlassen, dass Menschen konsumieren wollen und arbeiten wollen. Denn wir besteuern ja Arbeitseinkommen, wir besteuern nicht Freizeit. Und Steuern und Sozialabgaben beruhen eben auf der Arbeitsleistung der Bevölkerung, die gerade da ist. Und wenn weniger gearbeitet wird, und das ist ja doch der größte Teil der Einkommen, das kann man durch Kapitaleinkommen nicht wettmachen. Wenn weniger gearbeitet wird, dann haben nicht nur diejenigen weniger Einkommen, die weniger arbeiten, sondern auch die Sozialkassen haben weniger. Wenn man also sagt, zum Beispiel von fünf auf vier Tage gehen, das darf jeder Mensch auch heute schon machen in Deutschland. Aber wenn alle das machen, dann müssen eben auch die Kranken und die Rentner von fünf auf vier Tage oder von sieben auf sechs Tage pro Woche gehen. Aber das geht offensichtlich nicht. Wir brauchen also Mittel für die Sozialsysteme und vor diesem Hintergrund muss man schon sagen, der Staat ist gut beraten, sich für mehr Arbeitsbereitschaft einzusetzen, beziehungsweise Hindernisse abzubauen, die Menschen eben daran hindern, zu arbeiten. Ich glaube, dass wir zurzeit auch eine Erbegeneration sehen werden, die auch nicht so viel arbeiten müssen. Und wenn ich jetzt einige junge Vertreter der politischen Parteien sehe, die dafür plädieren, man sollte von fünf auf vier Tage gehen, was an sich okay wäre, bei vollem Lohnausgleich wird das irgendwann dann aber absurd, weil wir verdienen diesen Wohlstand in Deutschland. Ich komme ja nicht aus Deutschland, bin nicht hier geboren, ich kam nach Deutschland, um von diesem Leistungsgedanken auch profitieren zu können. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass das unter diesem Rahmenbedingungen gelungen ist. Und ich beobachte und frage mich, okay, für meine Kinder, die in einem anderen Mindset erzogen wurden, wird es vielleicht noch nie so leicht sein, zu performen in dieser Ordnung, mit dieser Einstellung der anderen. Das ist etwas Positives, könnte man sagen. Aber für die Minderheit. Ja, genau, für die Minderheit. Ich meine, diejenigen, die leistungsbereit sind, die werden gebraucht, alle werden gebraucht. Wir hatten ja eine Generation, also wenn ich jetzt an meine Generation denke, die Babyboomer-Generation, da war es so, dass viele junge Leute den Eindruck hatten, auf uns hat man nicht gewartet. Es war also gar nicht klar, ob viele Menschen Jobs bekommen würden, obwohl sie ausgebildet sind. Und das ist eigentlich sehr schade, wenn junge Menschen sich nicht gebraucht fühlen. Und heute sind wir in einer Welt, in der jeder junge Mensch wirklich gebraucht wird und auch den Menschen signalisiert wird, ihr werdet gebraucht. Das ist eigentlich etwas Positives für die Gesellschaft. Und ich habe auch den Eindruck, dass ja, es vielleicht junge Menschen gibt, die haben keine Lust zu arbeiten, die, die erben, sind, glaube ich, nur eine Minderheit. Es erben Leute mehr heute, aber das ist ja nur eine Minderheit. Wenn Menschen sich entscheiden, mit weniger auszukommen, dann ist das in Ordnung. Der volle Lohnausgleich bei vier statt fünf Tagen pro Woche ist natürlich in der Tat schon schwieriger, denn das geht ja nur dann, wenn man in vier Tagen so viel produziert, wie man vorher in fünf Tagen produziert hat. Jetzt gibt es vielleicht hier und da solche Produktivitätssteigerungen, aber das wird nicht überall gelingen, wenn wir mal an simple Dienstleistungsbereiche oder auch komplexe Dienstleistungsbereiche, wie etwa Gesundheitswesen, denken und uns ein Krankenhaus vorstellen. Da wissen wir, wenn Krankenpfleger einen Tag weniger arbeiten, dann wird man das nicht durch Technologie oder andere Dinge ohne weiteres ausgleichen können. Jedenfalls muss man sich da sehr strecken. Und wir müssen sowieso besser werden durch Technologie. Wir werden das nicht das Gleiche leisten können. in vier Tagen statt fünf. Das heißt, voller Lohnausgleich ist definitiv nicht für alle möglich, sondern wenn man weniger arbeitet, wird man verzichten müssen. Und wir haben es gerade besprochen, nicht nur die Leute, die dann weniger arbeiten müssen, verzichten, sondern auch alle, die an der Finanzierung hängen. Also die ältere Generation, die Babyboomer-Generation, die jetzt in Rente geht, die wird viel mehr Leistungen haben wollen, Gesundheitsleistungen, Renten. Die Frage ist, wer bezahlt sie? Einfach sich weiter verschulden. Das ist, glaube ich, eine präferierte Lösung von vielen. Das ist eine präferierte Lösung von vielen, aber das hat seine Grenzen, wie wir wissen. Das wird sicherlich Teil der Antwort sein, aber auch da muss natürlich die Gläubige überzeugt sein, dass das auch irgendwann bedient wird, diese Schuld, und das wird schwieriger. Und da ist die Frage, ich weiß nicht, der Anteil der sozialen Leistungen in Deutschland ist inzwischen jetzt am Budget über 50 Prozent. Wie viel verträgt ein Staat? Ja, also wir haben eine Konkurrenz unter staatlichen Leistungen. Mehr Staaten, mehr Sozialleistungen, die in der Tat dominieren, die Sozialleistungen, die öffentlichen Budgets. Aber die Frage ist eben, wie weit kann man gehen und wie weit kann man öffentliche Budgets ausdehnen? Also es ist ja einmal die Frage, wie hoch ist die Steuerquote, die Abgabenquote, die ist auf sehr, sehr hohen Niveaus. Sie ist jetzt die zweithöchste nach Belgien. Ja, ich glaube, Frankreich hat auch noch eine höhere, aber wir sind da schon relativ, also wir liegen noch im Mittelfeld der OECD, aber die Dinge sind, diese Quoten sind gestiegen und man muss auch genau hinschauen. Diese Quoten sind nicht unbedingt vergleichbar. Nehmen wir zum Beispiel mal das Kindergeld. Das ist eigentlich, würde man sagen, eindeutig eine Sozialleistung. Die wird aber als Steuerminderung gebucht. Das heißt, wenn Sie das Kindergeld erhöhen, dann sinkt die Steuerquote in Deutschland in der Statistik. Und deswegen möchte Lindner die Kindergeld erhöhen, weil er damit die Steuern... Ob Lindner würde ich das nicht vorwerfen, aber das zeigt einfach nur, dass man vorsichtig sein muss, wenn man solche Quoten interpretiert. Es gibt den Begriff der sozialen Dominanz. Das ist die Idee, dass Sozialausgaben andere Ausgaben verdrängen. Das sehen wir bei den Militärausgaben. Das Militärbudget ist ja stark reduziert worden und das hat man mit steigenden Sozialausgaben verfrühstückt. Das ist ja im Prinzip auch nett, wenn man sich das leisten kann. Nur jetzt stellt sich ja die umgekehrte Frage. Also wie gehen wir damit um, dass wir mehr Mittel für Verteidigung ausgeben müssen? Wir müssen wohl auch mehr Mittel für andere Dinge, Infrastruktur, Dekarbonisierung, bessere Rahmenbedingungen für Privatinvestoren. Das Geld wird knapper. Und da ist es natürlich eine Illusion zu glauben, man könnte die Sozialausgaben weiter expandieren lassen wie bisher. Das behaupten zwar die Politiker, aber jeder, der bis drei zählen kann, weiß, dass das nicht funktioniert. Und wenn man die aktuelle Subventionsorgie anschaut, das geht ja auch Richtung, schaffe ich gute Rahmenbedingungen oder ist es günstig, an diesem Standort zu investieren? Und wir versuchen das abzukürzen, indem wir sagen, ich weiß, dass du so nicht kommen würdest, aber mit Subventionen locken wir dich. Schafft das nachhaltiges Wachstum? Ja, ich bin da skeptisch. Jetzt sollte man nicht alle Subventionen verdammen. Es gibt Subventionen, die kann man ganz gut begründen, zum Beispiel im Bereich der Dekarbonisierung. Also Kombination aus CO2-Preis und Subventionen kann da das richtige Instrument sein. Es gibt aber viele Subventionen, bei denen ich skeptisch bin. Es gibt einen gewissen Graubereich, nehmen wir mal an die Halbleiter. Subventionen ist es sinnvoll, 10 Milliarden für die Ansiedlung von Intel in Magdeburg auszugeben. Ich bin eher skeptisch, aber da kann man immerhin noch argumentieren. Ja, vielleicht ist es wichtig, dass wir Produktionskapazitäten haben, wenn ein Konflikt mit China droht. Das ist nicht offenkundig falsch. Offenkundig falsch wäre es meines Erachtens, wenn man anfangen würde, zum Beispiel Solarpanele, die Produktion von Solarpaneelen oder von Windturbinen bei uns zu subventionieren. Das wäre wirklich schädlich, denn selbst wenn wir die aus, wir kriegen die viel billiger aus China und wenn es zu einem Konflikt käme irgendwann mit China und wir würden keine Solarpanele bekommen, das würde uns nicht besonders stören, denn wir hätten ja schon eine vorhandene Kapazität. Der Strom würde also weiter produziert und dass wir dann diese Solarpanele vielleicht für eine gewisse Zeit nicht weiter ausbauen können, das wäre dann unsere kleinste Sorge. Also das aus sicherheitspolitischen Gründen zu subventionieren, das wäre unsinnig. Aber das würde bedeuten, dass auch die zukünftigen Parteien relativ harte Einschnitte in der Verkündung kommen werden, was damals, Agenda 2010, hat der SPD zwar sehr, sehr viele Stimmen gekostet in der nachhaltigen Entwicklung, aber Deutschland sehr geholfen. Das heißt, für jede Partei wird es eine große Herausforderung sein, so etwas zu verkünden. Wie sehen wir denn das aus der zukünftigen Perspektive? Werden wir überhaupt eine Chance haben, dass hier etwas umgedreht wird oder die Weiche neu gestellt werden? Ja, ich glaube, Finanzpolitik funktioniert, wenn sie mittelfristig agiert. Also diese Vorstellung von einem auf das andere Jahr, könnte man da vieles strukturieren, die ist sicherlich unrealistisch. Aber was wir brauchen, ist eine klare Strategie in der mittelfristigen Finanzpolitik. Das heißt, etwa im Bereich der Sozialausgaben, die vielleicht nicht absolute Priorität haben, muss man die Aufwüchse stoppen. Und man muss Aufwüchse in die Bereiche leiten, die Priorität haben. Und so kann man Haushalte konsolidieren, so kann man Haushalte umstrukturieren. Aber da braucht man eine mehrjährige Strategie. Die Vorstellung, man könnte das so in einer ganz großen Reform von einem Haushalt auf den nächsten machen. Ich glaube, das ist wirklich politisch schwierig. Das wäre nicht falsch ökonomisch, aber das ist politisch sehr schwierig. Also deshalb muss Finanzpolitik immer durchdacht und mittelfristig angelegt sein. Welche Bildungsgrade benötigen die Politiker? Und auch sogenannte praktische Intelligenz. Weil wenn ich jetzt die durchschnittliche Ausbildung unserer Politik anschaue, dann stelle ich mir die Frage, bei einem Unternehmen sucht man für die Spitze immer die besten, am besten ausgebildete Leute, die gewisse Erfahrungen vorweisen können. Bei uns ist das in Deutschland nicht so stark ausgeprägt. Ich weiß nicht, kann man das im Vergleich zu anderen Ländern einschätzen? Oder ist das die aktuelle Tendenz überall? Ja, ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt Politiker und Politikerinnen, die Fachleute sind. Wir brauchen kluge Politikerinnen und Politiker, die die richtigen Leute fragen und die das Ganze dann umsetzen. Aber die Fähigkeit der Politiker ist ja nicht nur das zu erkennen, was sachlich geboten ist, sondern das dann auch durchzusetzen und dafür auch Mehrheiten zu gewinnen. Und zu kommunizieren. Das Ganze zu kommunizieren. Das sind schon komplexe Aufgaben. Ich glaube, unser Hauptproblem ist nicht, dass die Politik die Kenntnisse nicht hat, sondern unser Problem ist vielleicht eher, dass einmal viele Menschen, die politisch tätig sind, noch nie etwas anderes gemacht haben beruflich. Und das halte ich schon für gut, wenn Menschen in der Politik auch mal Unternehmen kennengelernt haben oder eine Universität oder vielleicht auch ein Ministerium als Mitglied der staatlichen Administration. Also wenn man einfach solide Berufserfahrung hat, aus welchen Bereichen auch immer. Wir haben zu viele, die eigentlich nie etwas anderes gemacht haben als Politik und entsprechend kurzatmig wird das Ganze. Ich glaube, das ist eher unser Problem. Wir müssen außerdem sehen, dass die Politiker und Politikerinnen natürlich in hohem Maße das machen, was die Bevölkerung will oder die Dinge tun, von denen sie glauben, dass sie populär sind in der Bevölkerung. Deshalb ist die öffentliche Debatte so wichtig. Also wenn öffentliche Debatten in eine bestimmte Richtung laufen, dann beeinflusst das die Politik. Und deshalb brauchen wir eine hohe Qualität der öffentlichen Debatte. Und natürlich auch, wie Sie sagen, die richtigen Fachleute. Sie sind bei einem führenden Wirtschaftsforschungsinstitut. Es gibt auch andere Wirtschaftsforschungsinstitute, wo ich sage, würde ich haben eine Haltung, die parteiorientiert ist oder narrativeorientiert ist und nicht der Marktwirtschaft dient, was eigentlich wohlstandsfördernd wäre. Wie gehen Sie damit um? Ist das für Sie auch nicht verwunderlich, wenn jemand von Ihrer Zunft solche Botschaften liefert? Ja, Wirtschaftsforschungsinstitute müssen Distanz zu Parteien haben und das gilt nicht für alle. Wissenschaftler sollten auch keine Aktivisten sein. Die Öffentlichkeit merkt das aber relativ schnell, wenn Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler als Aktivisten durch die Gegend laufen und die werden dann auch nicht so ernst genommen. Ich finde es trotzdem problematisch. Ich denke, dass es als nicht die Aufgabe der Wissenschaft ist und auch nicht der Wirtschaftsforschungsinstitute, eben Aktivismus zu betreiben für diese oder jene Partei oder politische Richtung. Das passt eigentlich nicht zur Wissenschaft. Eigentlich umgekehrt. Sie sollen alles in Frage stellen. Das ist ja die Aufgabe der Wissenschaft. Und nicht stützen das, was in eigenes Narrativ passt. Ja, sie sollen eigentlich die Öffentlichkeit und natürlich auch die Politik informieren und in die Lage versetzen, durch Studien, Fakten, dann sich unabhängige Meinungen zu bilden. Also die Meinungsbildung ist nicht die Aufgabe der Wirtschaftsforschungsinstitute. Das ist die Aufgabe eben der politischen Parteien, der Öffentlichkeit. Und natürlich tragen wir dazu bei, ist es auch in Ordnung, wenn einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Dinge kommentieren und auch eine Meinung zu bestimmten Fragen haben. Das sollte man dann aber auch kenntlich machen als Kommentar und doch sauber unterscheiden von wissenschaftlichen Studien, die eben Erkenntnisse bereitstellen. Bestätigen. Also ganz neutral ist ja nichts, aber man muss eben transparent sein, welche Methoden hat man verwendet, welche Daten hat man verwendet. Wir beim IFA-Institut haben den Standard, dass wir, wenn wir Untersuchungen machen, wir stets die Daten auch bereitstellen und jedermann einladen, um die Dinge nachzurechnen und auch zu kritisieren. So funktioniert Wissenschaft. So soll es auch sein. Und vielleicht ein weiterer Aspekt in Bezug auf Wirtschaftsordnung und sagen wir Regierungsordnung. Es gibt ja eine größere Diskussion, wer ist am besten aufgestellt. Ist etwas so gelenkte Wirtschaft wie in China? Ob das nicht die bessere Alternative für die Zukunft wäre? Weil wenn man jetzt anschaut, wie erfolgreich die mit E-Mobility sind, das muss man denen auch lassen. Die haben uns sozusagen bei den Verbrennern nie eingeholt, aber dafür jetzt bei E-Mobility vielleicht überholt. Wie sehen Sie diesen Aspekt? Also ich bin ein strikter Kritiker autoritärer Tendenzen. Es gibt leider auch in der Wirtschaft immer wieder Leute, die sagen, es wäre doch gut, wenn man so ein autoritäres System hat. Wohlwollende Diktator. Genau, ein wohlwollender Diktator, der eben Dinge durchsetzt. Das ist teilweise auch Frustration damit, dass in der Demokratie die Dinge eben langsam gehen, vielleicht auch teilweise populistische Kräfte sich durchsetzen. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, keine bessere Regierungsform bislang gefunden, als die freiheitliche Demokratie mit Checks und Balances. Es wird ja häufig vergessen bei dieser Bewunderung von autoritären Regimen oder auch von Zentralstaaten. Es gibt ja in Deutschland zum Beispiel viel Frustration über den Föderalismus, weil da viele Leute mitreden. Aber ich sage immer, diese Frustration, diese Kritik nimmt natürlich an, dass derjenige, der dann der Diktator ist, der wirklich wohlwollend ist und der alles weiß. Aber bei real existierenden Diktatoren sind die in der Regel nicht wohlwollend. Die wissen auch nicht alles, sondern die machen sehr, sehr viele Fehler. Und ich glaube, die Stärke der Demokratie, neben ihrer Schwäche, dass sie etwas langsamer ist, die Stärke ist, dass Fehlentwicklungen, wenn sie gravierend sind, schnell korrigiert werden. Und jedenfalls gravierende Fehlentwicklungen. Und in der Diktatur ist das nicht so. Diktaturen vergraben sich immer tiefer in Irrwege. Wenn wir uns mal die Türkei zum Beispiel anschauen, da haben wir ein autoritäres Regime, das hat jetzt 70, 80, 90 Prozent Inflation produziert und die Verarmung eines im Prinzip blühenden Landes herbeigeführt oder zumindest die Verarmung von Teilen der Bevölkerung. Also da ist mir eine Demokratie deutlich lieber. Ich bin auch überhaupt nicht überzeugt, dass China diesen in der Tat fulminanten Aufstieg so halten kann. Es gibt ja übrigens auch Demokratien, wenn wir mal Südkorea, die wirtschaftlich viel erfolgreicher sind als China, sind kleiner. Auch daran können wir erkennen. Also die Vorstellung, dass Autorität Erfolg bringt, die überzeugt mich nicht. Was halten Sie von Argentinien? Und Sie versuchen jetzt einen neoliberaleren Ansatz zu fahren? Ich denke, Argentinien ist ein Land, in dem die Regierung, der Staat auf so eklatante Weise versagt hat. Aus einem der reichsten Länder zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat man ein Armenhaus gemacht. Durch populistische Politik, durch sozialistische Umverteilung, dass dort das, was wir heute sehen, so eine Art Verzweiflungsakt ist. Wenn ein Staat so korrupt ist und sich so auf dem Rücken seiner Bevölkerung ausbreitet und ein Land in die Armut stürzt, dann muss man wahrscheinlich zu radikalen Lösungen greifen und große Teile des Staates mal abschaffen. Und das tut ja der aktuelle Präsident. Jetzt kann man sicherlich nicht jede Maßnahme da rechtfertigen. Man muss ja auch fragen, ist das eigentlich alles verfassungsgemäß, was der da anstellt. Aber ich habe wirklich Verständnis dafür, dass den Argentinern der Geduldsfaden gerissen ist und sie gesagt haben, wir müssen den Staat jetzt radikal zurückdrängen. Es ist unsere letzte Chance. Wenn Sie jetzt ohne radikale Ansätze einen Plan aufstellen würden für Deutschland mit fünf Punkten, so fünf Punkte, aber nicht zwölf, so ein Fünf-Punkte-Plan für die nächsten zehn Jahre, welche Themen würden Sie in Angriff nehmen? Ich denke, so ein Plan muss ja auf einer sinnvollen Diagnose beruhen, wie jede Therapie auf einer vernünftigen Diagnose beruhen muss. Und ich denke, wir haben das Problem, dass unsere Wachstumskräfte erlarmen. Wir haben zu wenig Arbeitsangebot, wir haben zu wenig private Investitionen, wir haben auch zu wenig öffentliche Investitionen. Also müssen wir genau an diesen Punkten ansetzen. Der erste Punkt wäre für mich ein Plan zur Stärkung des Arbeitsangebotes, also Fehlanreize, die Arbeitsangebote versperren, abbauen. Zweiter Punkt sind die privaten Investitionen. Das heißt, wir müssen für mehr private Investitionen sorgen. In den Unternehmen, im Wohnungsbau, da haben wir die steuerlichen Rahmenbedingungen, da haben wir die Bürokratielasten. Unsicherheit? Die Unsicherheiten über den Weg der Politik und so weiter. Dann haben wir den ganzen Bereich der Infrastruktur. Das ist der dritte Bereich. Wir müssen also mehr einsetzen für Infrastruktur. Das ist eine Verstetigung, um die es da auch geht. Wir brauchen eine verlässliche Investition über viele Jahre im Bereich der Infrastruktur, damit auch der private Sektor die entsprechenden Kapazitäten aufbaut. Der vierte Bereich, das wäre für mich der ganze Bereich, wie intelligent setzt wir unsere Ressourcen ein. Also ich habe jetzt gerade gesagt, wir brauchen mehr von allen möglichen Dingen. Aber Nummer vier heißt, wir müssen dies auch intelligenter einsetzen. Und der fünfte Bereich wäre für mich der Bereich der Energie. Auch da brauchen wir nicht nur mehr Energieangebot, sondern wir brauchen auch smartere Energiemärkte. Das heißt, wenn wir stark mit erneuerbaren Energien arbeiten, dann bewegen wir uns ja in einer Art Plattformwirtschaft. Dafür brauchen wir den regulatorischen Rahmen, den haben wir heute nicht. Also Energiereform wäre Nummer fünf. Wie ist Ihre Einschätzung in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass die aktuelle oder die potenzielle Regierung in der Zukunft so etwas professionell aufstellen kann in Deutschland für die nächsten zehn Jahre? Diese Entscheidungen, haben wir gerade schon besprochen, sind immer sehr langsam. Das heißt, meine Erwartung wäre, dass wir vielleicht in kleinen Punkten uns in diese Richtung bewegen. Wenn wir an die Agenda 2010 denken, dann war es auch so, dass damals viele von den Maßnahmen enttäuscht waren und haben gesagt, es bringt nicht genug. War auch nicht genug. Man hätte auch mehr tun können. Aber wichtig war, dass man sich mal in die richtige Richtung bewegt hat. Und das würde ich von der deutschen Politik erwarten, dass man sich in die richtige Richtung bewegt, dass man irgendwann versteht, bitte nicht noch mehr Bürokratie aufbauen, sondern vielleicht langsam abbauen. Aber von dem Weg, also im Moment bewegen wir uns in die falsche Richtung und umkehren. Das würde ich erwarten, dass die Probleme schnell gelöst werden, erwarte ich nicht. Aber dass wir uns vielleicht, nachdem wir uns lange in die falsche Richtung bewegt haben, mal wieder in die richtige bewegen, das wäre gut. Und ich glaube, das schaffen wir. Vielleicht leben wir noch zu gut, bevor wir wirklich schmerzhafte Änderungen hier beiführen können. Zum Abschluss jedes Gespräch stellen wir drei Fragen. Die erste Frage, gibt es ein Buch, das Sie als sehr prägend für Ihr Leben bezeichnen würden, egal aus welchem Bereich? Das muss kein ökonomisches Buch sein. Ja, ich würde sagen, Karl Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Das ist ein Buch, das mich zutiefst beeindruckt hat. Und ich glaube, das hat eine hohe Aktualität. Okay, super. Wenn Sie Ihrem 20-Jährigen einen Ratschlag geben würden, damit mit Ihrer Weisheit er vielleicht Ihr Leben ein bisschen anders erleben könnte, was wäre das? Ich denke, der Rat wäre, lerne mehr Mathematik und Statistik. Das macht vielleicht nicht unbedingt Spaß so direkt, aber die Bedeutung dieser Fächer, die war schon immer groß, aber die hat nochmal zugenommen. Ich mochte Ordo-Liberalität bei uns an der Uni in Freiburg. Da war bei Professor van Beek das nicht so hoch im Kurs. Ja, auch schön. Der hat ja Systeme im Fokus gehabt und nicht die Formel. Das ist auch wichtig, aber Mathematik und Statistik ist in dieser Welt. Und die dritte, zugegebenermaßen die schwierigste Frage, was ist für Sie der Sinn des Lebens? Ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Die Antwort aus dem Hitchiker durch die Galaxis heißt 42. Das ist eine Zahl. Nein, ich glaube, der Sinn des Lebens ist die Freiheiten, die wir so haben, zu nutzen. Wir sind sehr freie Menschen. Wir leben in einer tollen Welt. Wir haben Ressourcen und das ist für mich der Sinn des Lebens, dass wir daraus was machen. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Herr Professor Hust hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke Ihnen. Ganz meinerseits. Dankeschön.